So Leute willkommen zurück zu einer weiteren Folge von let's ubspuck mit der Kat Was machst du da? Was machst du da? Komm wieder zu dir böser Dämon, verschwinde aus der Katje lass ihn in Ruhe Ey, treff dich nicht! So jetzt! Ich habe den... Du siehst so bescheuert aus Du siehst echt so bescheuert aus Oh man, ich sollte echt Exorzist werden. Hey, hey, check nicht. Lustig war das, lustig war das. Hey, geh du mal vor. Ja, okay. Wie hast du das gemacht überhaupt? Was? Hey, ich hab einmal den Controller bewegt. Ja, aber bei mir bewegt es auch nur den Kopf. Ja, gerade den hat sich auch der Körper bei mir bewegt. Ja, okay, komm, bei mir will ich das hier schaffen. Ich verstehe das Muster, echt nicht so. Du kannst so aufhören. Ah, sehr gut. Warte, es hat hier keinen Platz, ich bin zu fett, wie du es mir immer vorwirfst. Geh doch! Geh rein! Hä, er wollte die Ebene nicht wechseln. Nein, das kann ich dir ernst sein, ich bin nicht gut in sowas. Er wollte die Ebene einfach nicht wechseln. Was muss ich tun? Ja, einfach und ihm durch. Siehst du noch das Muster, was er macht? Na doch, schon. Ich glaube, du kannst auch direkt durchrennen. Ja. Sammeln nicht sein. Du wärst fast zu schnell gewesen. Oh, gut so, Kathi. Ich hab an dich diesmal geglaubt. Dankeschön. Voll die Psycho. Was müssen wir hier machen? Ah, es geht weiter. So, einfach weiter. Cool. Ah. Ah, und da ist es auch schon, das Ende des Labels. Schaut links oben auf die Punktzahl. Was sehen wir da? Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Hä? Haben wir das Level schon mal gemacht? Ach stimmt, in deinem Part sind wir gestorben. Stimmt, in deinem Part sind wir gestorben. Noch voll heavy Mittel. Kurz nicken, kopf nicken, kopf nicken, kopf nicken. Äh, Moment. Ich muss nochmal schauen, wie laut ich Abo-Media eingestellt habe. Vielleicht bist du zu leise. Ah ne. Bist du nicht. Bist du nicht. Und wenn doch ist, ist doch scheißegal. Hey, ähm, ein Zuschauer. Hi. Vielleicht hat irgendjemand von euch die Tode mitgezählt, wie oft Kati gestorben ist. Ich stimme mir doch zu, sie ist öfter gestorben als ihr, oder? Also ihr könnt ankreuzen unten jetzt zwischen Ja, ist sie und Ja, ist sie. Oder Nein, fick dich Fugel. Das gibt's auch noch so auch. Ah, Kati. Bitte keine F-Wörter hier. Gar keine F-Wörter. Gar keine F-Wörter. Okay. Ich setze jetzt kein einziges Wort mehr mit F. Ja, kein Problem. Sag mal Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Ido, Eide, Eierkuchen. Das war cool. Das war cool. Ja, das war es in der Tat. Ey, wie sind wir im letzten Part G-Mo gegangen? Weil... Ist er gelegt? Da oben ist ein Eli. Oh, ich will den Eli machen. Warte, warte, warte. Ja, und wer hat ihn jetzt gerade eingesammelt? Was soll denn das? Warum kann ich ihn den Tiger allerdings da machen? Ich hab den Elefant doch gerade eingesammelt. Wollte ich mich verarschen? Er war hier, genau hier war er drauf. Vielleicht gilt es nicht im selben Level. Das kann doch nicht sein. Vielleicht so doch. Müssen wir das Level neu starten, um damit... Weiß nicht. Aber es gibt doch nicht 50 verschiedene Elefanten, oder doch? Oh, anscheinend schon, warte, ich such mal einen Elefanten. Der Elefant ist auch nicht unter Tieren. Hä? Ja, dann hast du wohl keinen Elefanten eingesammelt, Vorkommen. Doch, ich hab zu 100 Pro. Nein! Doch, du hast auch in dem einen Part das Auto eingesammelt, und es war nirgends zu finden. Ja, vielleicht will das Spiel nicht, dass wir was erreichen. Kann doch sein. Das ist aber echt bescheuert, teilweise. Hä? Oh, okay. Ich dachte, wir wären da hochgeschossen. Ja, dachte ich eigentlich auch. Aua, ich will nicht zerquetscht werden. Ich will nicht zerquetscht werden. Ich will nicht zerquetscht werden. Ey, warte, 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 Kathi. Links oben ist da was. Lolz. Links oben ist da was. Lolz. Links oben ist da was. Komm wieder irgendwie ran. Nee, ich glaub nicht. Aber das hast du jetzt nur als Ablenkung gemacht. Nee, aber echt nicht. Nee, aber echt nicht. Wir sind ein paar Punkten, wow. Ich hab einen Affen. Oh, wie süß, du hast einen Affen gekauft. Du bist ein Affen. Nee, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ich hab dich bekommen, aber das hätte ich dann wieder zu krass gefunden. Und deswegen hab ich einfach gar nichts gesagt, aber du mal wieder, du musst das mal wieder, ne? Was denn, hä? Zieh noch mal. Nein? Okay. Na klar. Ich hol das Ding. Ich hol's mir. Yes. Oh, das war jetzt ein Erfolg, ne? Ja, ich bin sonst nicht so gut wie du, weißt du? Hey! So hab ich das nicht bekommen. Was ist das? Ist das das eine Affe? Äh, das sieht... Ey, ernsthaft. Warst du in Berlin oder so schon mal? Sieht da so ein Affe aus? Ich weiss nicht. Vielleicht. Das ist der Affe. Siehst du? Arsch. Das ist der Affe. Ach so, ja, das schon. Oh, du bist so ein Idiot, ey. Ja, das kommt bei der... Zieh mal, bitte. Zieh mal. Gleich und gleich gesellt sich halt gern, Kati. Zieh mal. Deswegen, äh... Ja. Deswegen, ja bitte, was? Deswegen spiel ich mit dir zusammen. Ach so, deswegen auch heiß. Und jeder, das, den du gegen mich richtest, richtet sich dann indirekt auch gegen dich. Ha! Glaube ich nicht. Doch. So. Warte! Ey, weh, du fährst ohne mich los. Du gehst... Oh, nee, du kannst gar nicht längst lang. Äh, ja, holst hier. Warte, ich steh drauf und du holst hier. Okay. Ja. War mich. Ach so. Oder er holt's. Ja, ja, sei ego. Warum auch nicht, ne? Er holst dir geh... Hallo. Ja, guck ich... Er war erstmal mega nett. Und dann, als ich gemerkt habe, so, du schaffst das nicht, habe ich halt die Initiative ergriffen. Ach komm, laber nicht, du. Ja, bap, 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 bap. Ja, bap, 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 bap. hey doch was besseres zu tun was denn mit ihr zu spielen ja mit schleichwerbung oder was man hier so sich hochkatapultieren lassen ich glaube schon wenn du rechtzeitig springst ja was gibt es denn da das ist ein tiger das ist ein tiger das ist ein tiger sehr gut gerade sehr gut du bist die beste auch schon mal gesagt wie cool du bist ja dann frag dich mal wieso das war jetzt ein typisches an die beispiel für mich ja karte ich wollte einfach mal sagen du siehst heute mal wieder super aus hallo merkt das kam etwas dass das ironisch gemeint ist ja das kann man merkt dass es gar nicht du schaffst dass du bist die beste karte ich glaube an der ja danke nein warum soll ich das festhalten warum willst du mich zurücklassen hey ich wollte nur dass du einen sprung weniger machen was beziehungsweise zwei springen das stimmt ja gar nicht stimmt ja sehr gut und ja gar nicht doch ich bin da auch wenn da wer noch der 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 moment es sind kommt zurück siehst du gibst du sogar holst du siehst du so nett bin ich okay dankeschön ich sollte aber auch mal ein bisschen noch mal punkte auch mal du hast mehr als das geht ja gar nicht das ist ja gar nicht das ist ja voll schlimm ne manche passion schön und gut aber ich muss mehr punkte haben heiß hier bei den dingern das liegt dann hier quasi also ja stimmt komm jetzt sammeln das zeug doch ein also sagst du mein menschen ich habe den schlüssel gefunden ich habe den schlüssel gefunden ja die schlüsse sind übrigens mini spiele fast so nicht dass das für das zwei spiel muss man noch mehr da hat mich drauf bleiben müssen ja so ein pech jetzt kommt wieder ja das macht es jetzt wo gehst du hin okay warte auf mich wie komme ich dahin es bewegt sich wo es stirbt einfach nein okay ich sterbe einfach ich hab's ich hab's hab's nee okay komm noch mal raus ich muss den schalter betätigen da warte nicht springen nicht springen okay okay jetzt kannst du springen und moment jetzt 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 spring doch auch alter ja okay du was ich hab doch gar nichts gesagt wieso springst du ich dachte das machst du jetzt automatisch so irgendwie so dass wir in einem flow sind und so okay wir sagen wir sind wir sind sag du wenn ja 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 du kannst mich doch oben wiederbeleben ja dann müssen wir dann noch mal rund ja genau und ja besser als wenn wir scheitern das ja weißt du das ist jetzt vielleicht meine schuld eventuell ne du ist meine schuld kathie was der doch nach dem mutigen von dem so ein folglosen der vorker heißt du bist super kathie ich sterbe kommst du ich komm noch mal hoch zum glück sehr gut gemacht kathie hat Angst um der okay jetzt spring ich ganz vorsichtig und sage irgendwie ein steckwort und das hin ein sterben geräusch gesagt nein siehst du so hat es geklappt jetzt kann ich sterben ja was mann du meinst einfach du bist honig aber weil du geld was was labert er was gesagt money ja money 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 it's so funny ich bin durch das cool gemacht obwohl was gewollt böses elefant das elefant aber wie du alles egoistisch einsammelt ja geht das im rest langsam ist er dann was man will möchte ich nenne ich muss man beleidigen hören weiß nicht mal angefangen werden wieder erinnert er dich an so eine elefanten aus dem zogen benjamin an mich laber nicht ich kann deine gedanken lesen wie sollst du das noch gelesen wenn du meinen gedanken lesen kannst weil ich dachte du machst es nicht weil ich dachte bist nett aber du bist nicht nett weil es andere ist nett ich hab dich mal ich hab doch nicht mal elefant genannt du hast gesagt ich sehe aus wie ein elefant ja ja weil du es gedacht hast also nicht jeder kann so lang und schlank sein wie du karte ich nenne ihn stammt die stammt 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 wenn das wasser kocht kommt dampf raus und warte mal wer gewonnen hat warte mal wer gewonnen hat ja weil die letzten dinge eingesammelt stammt 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 so danke danke meine damen und herren ich fühle mich geehrt dass ich wieder mal erste geworden bin aber langsam ist es auch zur gewohnheit geworden von dem herr so sagen was schon richtig gewinnen lassen du hans nur oder ja 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 komm genug den oben er wollen wir noch ein spiel machen das haben noch perfekten part einpassen du kannst auch sein geheimes irgendwie so ein bisschen das ist die letzte welt so wie es aussieht tempel des großen magiers nimmst du auf was nein wir wollen doch den letzten part zusammen machen also das beide aufnehmen nein nein das ja die die jetzt kommt ist okay sehr gut sehr gut ja 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 dann machen wir noch mal den tempel der bewegung klingel haben wir das schon mal gemacht nein dann machen wir jetzt noch mal bevor wir die letzte welt machen den tempel der bewegung okay kathie ich freue mich darauf mit dem tempel der bewegung zu machen ich glaube wir müssen uns hier bewegen ich glaube wir sind manchmal auch ein bisschen zu voreilig meinst du ja weil du so langsam was gestorben ist ja gar nicht weil du so ich bin richtig ich bin da ich bin da jetzt ist das auch machen sollen man macht noch mal ja man auch gar lauf macht nein karte haben doch geglaubt nein weil du da hinten am arsch der welt rumgurz ja weil wir werden uns selbst im weg stehen ja am arsch du hast mir meine gewinnchance genommen wir wollen nicht an deinem arsch stehen siehst du wir es geschafft habe ja hallo ich habe es geschafft du mir ja weil du weil ich nicht hinten am arsch du kannst nicht immer den anderen die schuld in die schuhe schieben doch muss ich aber noch mal die fehler bei dir sind nein 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 wenn ich es doch sage doch keine wiederrede fräulein und du springst wie eine ballerina so eine fehl die sich den arsch verbrennt wir sind richtig was zu schnellen du hast zu schnellen und 1 Jaja, woher? Hallo! Pudig! Nö! Ist sie traurig. Jetzt ist sie traurig. Sakkoline ist traurig. Sakkoline? Ja, Sakkoline, keine Ahnung. Du hast bestimmt die wahrliche Form davon. Sie heißt Sakkboygirl. Ich kann... Sakkboy? Ja! Nein, sie heißt da Koline, so, Punkt Okay, dann Punkt, ich sage auch noch Ausrufezeichen, denn das war es mit diesem Part Wir sehen uns im nächsten Part, bei der lieben Kathi Eventuell dann schon das Finale, wissen wir aber noch nicht Hättest du gesagt, es gibt eine ganze Welt? Hä? Na, ja, jetzt Ich meine, die nächste Welt Das Level, was bitte betrifft Ach so, das Level, ist das letzte? Ich glaube schon, weil hier sieht es dann Weil, wenn ich jetzt weitergehe, komme ich wieder Hier an den Anfang Ja, vielleicht doch noch, ja, wir werden sehen Egal, vielleicht das Finale im letzten Part Äh, im nächsten Part Ja, das Finale ist im letzten Part, aber Im nächsten Part geht es bei der Kathi weiter Mit dem nächsten Part, vielleicht der letzte Und wenn das das doch Finale ist Dann geht es bei Fukaba auch weiter Hier kommt es blöd Wieso? Ja, dann habe ich aber ein Video mehr als du Na und? Ne, den nächsten Part gibt es bei Kathi Also bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und Tschüss Tschüss Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü